Ich habe jetzt hier ein paar Karten und ich bitte dich hier meine Uhrzeit zu nennen, zwischen 1 und 12, eine vornhere Stunde. Ja, mach nochmal mit mir. Ding, nicht so hacken, ding. Das ist schon 1, 12, eine vornhere Stunde, ding. Pass mal. Es gibt ja nichts das Kartenspieler und ich bitte dich von oben her für die Karten zu nennen, wenn du deine Uhrzeit nimmst. Bei drei Uhr nimmst du einfach 1, 2, 3 Karten und 2. Du kannst hier aber auch gerne 1 in und in den Grundrein. Oh, ich muss immer die Heile machen. Aber hau, wenn ich die, würde ich wünschen. Ich drehe mich um, wenn du noch 1, wenn sie nichts weiter verkaufen. Ich bin nicht schön, kann man doch auch, ist der Wasser zu tun. Ist egal, eigentlich. Ist so schön. Okay. Ich werde eine Uhr bauen, ich werde eine Uhr bauen. 12, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und hier wäre es 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zwölf, drei, sechs, neun. Wo wäre jetzt zum Beispiel acht Uhr? Als Beispiel. Ja, vier. Ja, vier, ne? Bin mal sicher. Mal rüber der Kamera. Man kann sie arbeiten mit. Ja, ja. Die Karten liegen jetzt. Ich kann nichts mehr manipulieren. Jetzt darfst du mit einem Prozent mal aufsagen. Vier. Vier. Welche Karte wäre das? Die. Genau. Dreh mal um. Vier Uhr ist jetzt die Karo Acht. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hab dir vorher, bevor er sich eigentlich auf Augen gedacht hat, eine Karte gegeben. Lass mal laut vor. Vor mir. Ich kann nicht lesen. Sie werden nicht Kreuz neun wählen. Sie werden nicht die Kreuz neun wählen. Stimmt, ist die Karo Acht. Hat geklappt. Hat geklappt. Das habe ich mir selbst ausgedacht. Ja, kann ich auch. Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Meinst du? Ja, jetzt. Warum hörst du? Na vielleicht brauche ich mich. Na klar. Kann ich auch machen? Kannst du auch machen? Kannst du auch machen? Kannst du das bei mir machen? Bei dir? Ja. 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 Ja.